Es gibt tatsächlich einen Streamer, der heißt Papaplatte, okay? Und der hat tatsächlich einen neuen Rekord aufgestellt. Und zwar ist es der Streamer mit dem kleinsten Dick. Das ist echt... Oh! Oh, Bro, ey! Du, Nico! Ah! Du, der ging von da hinten los, Bro! Rollt, Alter, rollt! Mundtot, Feierabend, Schicht im Schacht. Oh mein Gott! Sie hat ihn aufgenommen! Der hat tatsächlich einen neuen Rekord. Und wie er danach so auf Casual in der Nase bohrt, fühl ich auch mit dem Nauen. Und nervt hier keinen.